Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Beispiele internationaler Organisationen und Verträge im Zusammenhang mit dem Thema Neuzeit und früher Zeitgeschichte. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise oder den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Beispiele internationaler Organisationen und Verträge Als Reaktion auf die schlechte Versorgung von Soldaten nach der Schlachtpaar Solferino zwischen Österreich und Italien in der zweiten Hälfte des 1900s 1859 wurde vom Schweizer Henri Dunant das Rote Kreuz gegründet. Zum Schutz der Sanitäter während eines Krieges wurde in der zweiten Hälfte des 1900s 1864 die erste Genfer Konvention zwischen mehreren Staaten vereinbart. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurden weitere Kämpfer Abkommen unter anderem zum Schutz der Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung von beinahe allen Staaten weltweit unterschrieben. Unter Zivilisten versteht man alle Menschen, die keine Soldaten sind und daran zu erkennen sind, dass sie keine Uniformen tragen. Wenn jemand gegen diese Kämpfer Konventionen verstößt, wird dieses Kriegsverbrechen bezeichnet und verfolgt. Der Anfang der 1920er Jahre 1920 nach dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 aufgrund der ursprünglichen Idee des US-Präsidenten Woodrow Wilson gegründete Völkerbund sollte den Frieden dauerhaft sichern und die Zusammenarbeit demokratischer Staaten fördern. Als großer Nachteil für den Völkerbund erwies sich seit dessen Gründung die Tatsache, dass die USA als mächtigste Weltmacht nicht Mitglied wurden. Der Völkerbund galte in den ersten Jahren als Organisation der Siegerstaaten, in der die besiegten Staaten nicht aufgenommen wurden und welche die harten Bedingungen der Pariser Forte Verträge durchsetzen sollte. Darüber hinaus traten mit der Zeit einige Staaten aus der internationalen Organisation aus und unter anderem auch deshalb erwies sich der Völkerbund lästig als machtlos gegenüber Diktaturen wie dem Nationalsozialismus in Deutschland, dem Faschismus in Italien, der Militärdiktatur in Japan und dem Kommunismus in der Sowjetunion. Auch sein grundlegendes Ziel der Friedenssicherung verfehlte der Völkerbund schließlich mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. 1946 kam es zur endgültigen Auflösung des Völkerbundes. Mit der Unterzeichnung der Charter der Vereinten Nationen, der Gründungsurkunde bzw. Verfassung wurde 1945 die UNO, Abkürzung United Nations Organization, in San Francisco als Nachfolgeorganisation des Völkerbundes gegründet. Der Hauptsitz der Vereinten Nationen liegt heute in New York und weitere UNO-Sitze befinden sich in Wien, Genf und Nairobi. Von besonderer Bedeutung war in den 1940er Jahren, am 10. Dezember 1948, der Beschluss der Erklärung der Menschenrechte durch die UN-Vollversammlung, also der Versammlung aller Mitgliedstaaten der UNO, da dieser eine Auflistung von Menschenrechten enthielt, die heute in demokratischen Staaten allgemein akzeptiert wird. Österreich ist seit 1955 Mitglied der UNO. Unter der sogenannten europäischen Integration versteht man den immer engeren Zusammenschluss und Zusammenarbeit der europäischen Völker. Im Ende des Zweiten Weltkriegs, 1939 bis 1945, war es zu einem Gegensatz zwischen den kommunistischen Staaten unter der Führung der Sowjetunion in Osteuropa und den westlich marktwirtschaftlich-demokratischen Staaten mit der Führungsmacht der USA in Westeuropa und damit auch der politischen Teilung Europas gekommen. In den 1950er Jahren, 1957, wurde mit den sogenannten römischen Verträgen von Italien, Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern unter anderem die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, gegründet, um unter anderem die Kräfte gegen die östliche kommunistische Bedrohung bündeln zu können. Aus der EWG entstand in den darauffolgenden Jahrzehnten die Europäische Union, die EU, um nationalistische Konflikte zu überwinden, den Krieg zu sichern, den wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand zu fördern. Und Österreich wurde 1995 Mitglied der UNO. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. In der nächsten Playlist wird es dann um das Thema Zeitgeschichte gehen.